Das war's. 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 Jetzt kommt nicht in diesen Film. Das zeigen wir später. Wenn die Insider fragen, warum es so geschleckt hat, kommen jetzt die heimlichen Tricks. Man entferne die Flüssigkeit. Halt der Topfus rein. Das war's. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was kommt dazu? Das natriumarme Bergquellwasser aus Löbau. Das wiederholen wir jetzt so 2-3 Mal und dann schmeckt das Wasser wieder. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.